Für Rassismus und Diskriminierung ist in Nordrhein-Westfalen kein Platz. Für uns gilt, was uns Menschen unterscheidet, muss uns noch lange nicht trennen. Leider erleben wir auch in Nordrhein-Westfalen tagtäglichen Rassismus. Kleiner Alltagsrassismus, aber auch harter Rassismus. Deswegen erinnern wir heute, am 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus daran. Erhebt eure Stimme, werdet laut!